Hey, bevor wir uns vielleicht nie wiedersehen, will ich dir eins sagen. Ich denke, du hast genauso wie ich viel zu viele schlechte Tage erlebt. Bitte tu mir den Gefallen und leb dein eigenes Leben. Vergleich dich nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Glaub nicht alles, was sie über dich erzählen. Du kennst dich am besten, du bist einzigartig, dir gibt's nur einmal auf der Welt. Du hattest das Glück, auf diese Welt zu kommen. Vermutlich geht's dir viel besser als andere Leute, aber du bist trotzdem traurig. Sei glücklich mit dem, was du hast und mach nicht dieselben Fehler wie ich. Die schlechten Tage sind dazu da, um die Guten kommen zu lassen. Bitte gib nicht auf und schreib dein Leben weiter. Lass dir nicht immer alles gefallen und sag ruhig mal deine Meinung. Wenn du wieder mal einen schlechten Tag haben solltest, kannst du hier ab und zu bei meinem Kanal vorbeischauen. Und bitte merk dir, der Reicheste ist der Glücklichste.